Hi, in diesem Video werde ich die Frage beantworten, die alle beschäftigt. Wie lange dauert es, bis eine Katze dir vertraut? Spoiler-Alarm! Es hängt von der einzelnen Katze ab, aber es gibt einige Dinge, die sie tun können, um den Prozess zu beschleunigen. Wie bringe ich meine adoptierte Katze dazu, mir zu vertrauen? Die Eingewöhnung an ein neues Zuhause und eine neue Familie kann für eine adoptierte Katze entmutigend sein, aber es gibt Möglichkeiten, wie sie ihr helfen können, sich anzupassen. Sicherer Raum! Wenn Sie Ihr neues katzenartiges Familienmitglied zum ersten Mal in sein Zuhause einführen, es ist am besten, ihr an einem gemütlichen und sicheren Ort etwas Zeit für sich allein zu geben. So hat die Katze genug Platz und Ruhe, um sich an ihre Umgebung zu gewöhnen. Um sicherzustellen, dass sich Ihr Haustier entspannt fühlt, bestimmen Sie einen Bereich wie Schlafzimmer, Badezimmer oder ein freier Raum, in dem Sie sich von der Hektik des Alltags erholen können. In den kommenden Wochen werden Sie Ihrer Katzenfreundin erlauben, ihr neues Zuhause zu erkunden. Dies ist ein ausgezeichneter Ort für Ihre Katze, um sich zu entspannen und eine Pause machen, wenn sie sich überfordert fühlt oder einfach nur einen ruhigen Moment braucht. Aber halten Sie die Tür so lange wie möglich geschlossen, mindestens während Ihrer ersten Woche mit Ihnen, aber es kann länger dauern. Die Ausstattung Ihrer Katzenhöhle mit den notwendigen Gegenständen ist ein Muss, Futternapf, Wassernapf, Katzentoilette. Denken Sie daran, es von Nahrung und Flüssigkeiten der Katze fernzuhalten. Kratzbaum, kuschelige Katzenstreu, Spielzeug, enthalten zusätzlich Orte, an denen Sie sich verstecken können, wie zum Beispiel Kartons. Vergessen Sie nicht den vertikalen Platz für Ihre Katze, damit sie sich in der Höhe sicherer fühlt. Um den Komfort Ihrer Katze zu gewährleisten, platzieren Sie Ihre Transportbox daneben. Einige Ihrer Lieblingsspielzeuge und Artikel mit vertrauten Düften. Vermeiden Sie außerdem jede potenzielle Gefahr, indem Sie elektrische Kabel oder Leitungen entfernen. Katzen neigen dazu, davon angezogen zu werden. Es ist ratsam, auch Gegenstände zu entfernen. Das kann für Sie leicht brechen, um auch nicht zu einer Ablenkung zu werden. Stellen Sie vor allem sicher, dass der ausgewiesene Bereich, da Ihr Zufluchtsort für andere Haustiere und Kinder tabu bleibt. Dies wird Ihrem katzenartigen Gefährten helfen, sofort zu wissen. Sie sind sicher und können sich entspannen, ohne mehr als angenehme Interaktionen mit Ihnen zu haben. Dies wird sicherlich wesentlich dazu beitragen, Vertrauen zwischen Ihnen beiden aufzubauen. Zeit Die Eingewöhnung an ein neues Zuhause ist für Katzen unvorhersehbar, aber es ist wichtig, geduldig und verständnisvoll zu sein. Betreten Sie Ihren Platz zunächst nur mit Futter, oder reinigen Sie die Katzentoilette. Wenn Sie offen für eine Verlobung zu sein scheint, nutzen Sie diese Gelegenheit, indem Sie gemeinsam lustige Spiele spielen. Anbieten von lohnenden Leckereien als Ermutigung, oder sanfte Streicheleinheiten anbieten, die alle zu Ihrem Wohlbefinden beitragen können. Gibt es einen besseren Weg, positive Verbindungen zwischen Ihnen und Ihrer Katze herzustellen? Als durch das Anbieten von Essen, Spielzeit, Zuneigung und Leckereien? Ihre Katze wird Ihnen eher vertrauen, wenn Sie wissen, dass gute Dinge mit einer neuen menschlichen Präsenz einhergehen. Bei all diesen Leckereien, die für Sie auf Lager sind, ist es keine Überraschung, warum Kätzchen so aufgeregt sind. Wenn sich Ihre Katze versteckt, wenn Sie den Raum betreten, gehen Sie sanft und rücksichtsvoll auf sie zu. Lassen Sie etwas Futter zurück, oder schaufen Sie Ihr Katzenklo aus. Vielleicht ein paar Leckereien in der Gegend verteilen und dann gehen, ohne abrupte Bewegungen zu machen. Um eine beruhigende Atmosphäre zu schaffen, und Ihren Stress abzubauen. Es ist am besten, die Aufmerksamkeit nicht auf die Situation zu lenken, wenn sie dich meidet. Versuchen Sie nicht, sie zu überreden, oder aus Ihrem Versteck zu locken, da dies nur noch mehr Angst und Besorgnis hervorrufen wird, wenn es Zeit für einen weiteren Besuch ist. Wenn Sie ihr erlauben, die neue Umgebung in Ihrer eigenen Zeit zu erkunden, Ihre Katze wird anfangen zu verstehen, dass nichts Schlimmes passiert, wenn ein Neuankömmling hereinkommt. Dieser kontrollierte Prozess ermöglicht es Katzen, ihren Stresspegel zu reduzieren und sich in ihrer Umgebung wohler fühlen. Wenn sie sich mit dir wohler fühlt, wird sie anfangen, sich in deiner Gegenwart entspannt zu fühlen. Wenn dies geschieht, ist dies ein Zeichen dafür, dass die Beziehung zwischen ihnen beiden kann nun zu ihren Bedingungen im Laufe der Zeit gestärkt und Vertrauen aufgebaut werden. Selbst wenn sie aus irgendeinem Grund beschließt, von dir wegzuziehen, ist nicht alle Hoffnung verloren. Wenn sie Geduld üben, wenn sie bald wieder mit ihr interagieren, der Erfolg sollte zwangsläufig irgendwann folgen. Vergessen Sie nicht, Peter zu mögen und zu abonnieren, um weitere hilfreiche Tipps zur Pflege von Katzen zu erhalten. Achten Sie darauf, die Glockenbenachrichtigung zu drücken, um aktuellere Videos über Katzen zu erhalten. Hinterlassen Sie unten auch einen Kommentar darüber, wie lange es gedauert hat, bis Ihre Katze Ihnen vertraut hat.